hallo und willkommen zurück zu minecraft departed mit dem lol drop der da vor mir weg rennt moin moin und natürlich nach dem snaker genau in der letzten folge habe ich ja grandios in der spirit world versagt und ich hoffe mit dem item was ich mir da jetzt gleich craften möchte funktioniert es besser aber dafür braucht der liebe snaker jetzt erstmal ein spinnrad ja könnte von vorteil sein und ein spinning wheel bauen wir sollte spinning auch richtig schreiben dann wird auch spinning wieder raus ja im übrigen hier bei den bäumen die bei mir in der butze sind bitte rechtsklick machen wenn du da links klick jeweils alles machst mir die frühstück kaputt was bäume deiner butze ich meine putze im garten rechtsklick rechtsklick wenn da nichts kommt dann sind sie noch nicht reif ich mache ich schaue ich schaue immer alles runter kocht zum kleines ich brauche eine wolle einen sticky ich brauche vier item frames das brauche ich für ein item frame leder und stickies ja wenn du roten flash hast kannst du die dann auch jeweils zu leder direkt um funktionieren ich müsste sogar noch leder haben pass mal auf ja warte ich müsste dann auch noch leder haben ich habe noch zwei leder ich habe mal bei mir nach hallo aber ich habe sieben roten flash also mach mir leder soll drop ich habe zehn leder und 52 roten flash ich habe sieben wo muss ich die hinten tun komm einmal kurz mit so hier unten drunter ist der katalysator den brauchst du jeweils auch noch um diese kakaoponen zu machen da steht auch direkt reinwerfen genau dann kriegst du nämlich leder habe ich nur vier den rest ist damit anscheinend du gerade ich mache jetzt gerade jede menge leder selbe leder ich brauche aber gerade auch nur vier passt ja ich habe 50 ich habe wieder den richtigen mod drin das problem im übrigen bei mir ist ich habe gestern ein tutorial noch mal aufgenommen zu taumcraft wollte das als quick start gemacht haben aber sind im endeffekt wieder 40 50 minuten geworden da denkst du so weit ist doch ganz schön quick würde ich das so sagen so und da hatte ich dann den cheat modes drin so dass ich mir das einfach so raus ziehe und ich vergesse es jedes mal was wieder umzustellen also bist du jetzt immer noch im cheat mode oder was nee da habe ich ja jetzt gerade nachgeguckt aber ne ich vergesse das sonst immer jedes mal umzustellen diesmal habe ich daran gedacht ja davon haben wir so was brauchen wir als nächstes brauchen wir wolle und ein sticky ein sticky habe ich sogar auch noch das ist gut wolle müsste ich auch noch haben ansonsten wir haben genug schafe ja stimmt ich habe anscheinend keine wolle mehr habe ich noch eisen wo habe ich meine scherbe da ja hallo schafe strip dies okay ich lasse es ja schon snaker hat 14 wolle schafe sind nackt wer will denn schon nackte schafe haben ich weil ich wolle braucht ja 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 dann brauche ich noch aber ich glaube das ist holz ist da relativ wumpe müsste ich auf jeden fall noch zwei im keller haben ja holz ist recht wohnen wird das stimmt schon nehmen wir einfach ganz normales schlag mich tot holz toll ganz normales schlag mich tot holz besitze ich nicht mehr aber wir haben ja noch genug gehabt davon brauchen wir nur zwei der rest geht da rein von der wolle brauchen wir nur einen geht der rest da rein kann man direkt wieder eier wegwerfen ja wer früchte eine eier weg ne ne die behalte ich oh man wusstest du dass man gegenseitig manchmal sehr gerne die pointe versauen kann ja das machst du zum beispiel auch recht gerne genau wie ich sowas von gern misst hab ich vergessen diamant müsste ich noch haben ja ich habe noch einen diamanten ich brauche bald mal wieder neue diamanten holger hast du noch diamanten ja gut wenn ich noch welche brauche weiß ich wo ich hingehe wiff of magic habe ich davon noch was war ja wieder klar wiff of magic habe ich mal wieder nicht so ich hasse es dass ich keine wiff of magic auf vorrat mache aber ich kenne mich ja wiff of magic muss ich nur wieder diese blöden sapling verbrennen obwohl ich 36 stück habe sollte ich auf jeden fall wiff of magic daraus kriegen ja und ich habe jetzt gerade was schickes dekohaftes mal aufgestellt was schickes dekohaftes komm mal zu mir in die putze beziehungsweise vor die putze ich habe gerade erst mal den ersten sapling verbrannt und direkt einen wiff of magic bekommen moment ich komme zu dich gefliegt das master schwert das master schwert der master schwerter du kannst sie nämlich ihr sport pedestal machen daher konnte ich mir jetzt nicht verkneifen ich habe das jetzt gesehen und dann ja war klar muss das direkt machen so wie gut dass ich so ein schönes michpult habe wo man dann das husten auf einmal nicht mehr hören kann das ist so geil kann man den husten nicht hören weil ich gerade den regler gerade runter gedreht habe kurz das headset muten wäre ja zu einfach wenn ich doch das headset mikro dazu benutzen würde lecku mir ist das schon wieder dunkel du oh moment ich habe gerade ein problem ah das ist doch nichts neues ja ich bin in den keller gegangen um lava zu holen habe die voids übersehen sie sind tot gut dann gehen wir pennen oder willst du die nacht so mal nicht überspringen können auch pennen gehen bin ich gerade schon dabei ich war nur noch am brennen deswegen mhm, hat man gesehen ich, wie, das hast du gesehen ja, ich penne schon bewegt sich aber auf der Karte fort what? ne, wo ich gesagt habe, ich penne schon, war ich echt wirklich gerade mich hinanlegen ja, 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 ja ja, 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 ja ja, 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 ja nein ich baue jetzt erstmal ein Spinnrad ich durch die Tür komme ich komme nicht durch die Tür, also Lemmington das Lemmington scheinbar so eine Art Kuchen das ist verwandter von dir na, Quatsch John O. Lemmington ne so Hot Chocolate baue ich Milch, Kakao Pulver und wo habe ich das? den hier ich baue ein Spinning Wheel dick, 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 dick einmal Wolle so zwei Holz und dich und einen Sticky so ich habe ein Spinnrad so wenn es nur das ist das sollte gar kein Witz sein das sollte nur eine blöde Anmerkung sein du mich auch Fried Chicken Fried Chicken äh ja, Fried Chicken dazu brauche ich Spice Leaf ähm Raw Chicken Cooking Öl Black Pepper aber ich habe leider keine Black Pepper und kein Spice Leaf ich habe ein String und Ordinary Purity müsste ich haben Pancakes kann ich auch noch machen Strings habe ich drei ich hatte doch mehr oder hast du die geklaut? ah, Quatsch ich hatte doch mehr ja, ja die Pest na gut ich habe auf jeden Fall einen String hier drin ich habe drei Strings hier drin ich brauche nur einen solange du keinen String an hast ist ja alles okay aber das sind Details erzähl dir doch nicht alles ich will auch nicht alles von dir wissen oh man, oh man, oh man ich muss jetzt nur gucken wo ich diese blöde Pflanze herbekomme ich kann Museli machen ich glaube das soll Müsli heißen ich habe noch zwei Rottenfleisch gefunden du Museli Museli ähm was mach du Museli Wasser Salz Mehl ähm Freshwater Mehl Salz ähm ähm und einen Pot brauchte ich da der muss auf den Pot? na, Quatsch so, aber wo finde ich jetzt diese blöde Pflanze? Whispy Cotton wo findet man die? gute Frage, nächste Frage keine Ahnung ja, ich frag gerade schon Google okay Google dding okay Google, genau äh, ja, das war mal eine ganze Zeit lang ordentlich im Trend du äh, große Backware für ähm ja, oh wei, oh wei, oh wei so, dann das brauche ich dann Eier brauche ich und äh Butter brauche ich und schon habe ich Croissants Curry Powder kann ich auch noch herstellen ah ja, ja, ja was du hier alles backen kochen kannst das ist ja unglaublich so pumpkin old scones nein will ich nicht brauche ich nicht schmeckt doch nicht hm was gab es denn eigentlich heute so bei dir zu essen? ich habe mir eine Pizza gemacht weil ich heute morgen noch einen Arzttermin hatte und nicht viel Zeit hatte ja dann haben wir heute mal äh, ausnahmsweise mal das gleiche gegessen denn bei mir gab es auch heute Pizza Cream Cookie okay, ich muss wieder in die Spirit World ich muss mir wieder ein Brew of Sleeping machen na dann, äh, have fun sleep sleeping very well in my quietsching bed gestellt ich habe einen Keks ich habe einen Wiff ich habe eigentlich noch alles eine Ice Needle und einen Wiff of Magic habe ich nicht weil ich ja nur einen gemacht habe mal wieder so Regel Nummer 1 mach immer zu viel Regel Nummer 2 was machen die Typen in meiner Wohnung keine Ahnung so so das haben wir schon mal habe ich vielleicht noch eine Ice Needle über? er hat sich ein Glück äh, er hat sich ein Glühstrumpf Glühstrumpf, ja, ja na, ich brauche noch eine Ice Needle so, meinte die Lyre nicht dass bei ihr noch irgendwo was drin wäre? stimmt, sie hat auch noch eine Ice Needle aber jetzt extra da rüber rein und die klauen was heißt klauen? die hat ja gesagt, dass die da welches drin hat ja, ich weiß das war eigentlich auch fürs Wecken weil du kannst dich auch mit einer Ice Needle wieder wecken ich muss eh bei mir in den Keller wenn keine Dropkiste bei Lyre klauen ja, warum nicht so, was wollte ich jetzt nochmal machen? äh, ach ja Cream Cookie dazu brauche ich Mehl, Mehl brauchte ich wiederum einen Motor genau so so, zack so auf in den Keller so, Pam's Housecraft das brauche ich so äh, jetzt habe ich die kompletten Weizen verpulvert ach egal, YOLO so, dann brauche ich Ditte Ditte äh, Ditte und Ditte? ja Dede, Dede und Dede Dede, Dede und Dede Dede so, dann brauche ich Sugar Sugar, Sugar, Sugar und Heavy Cream Heavy Cream können wir auch noch ganz schnell machen äh, hier so 1, 2 machen wir so 14 Stück komm machen wir 15 auch egal äh Dede Dede ja, nur noch Sugar Sugar, 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 Sugar ja nehmen wir das hiervon raus so dann also ich brauche ah ne da muss ich hier hin DERP oh, hier ist ja Eisen so das haben wir auch so, Zucker Heavy Cream Markware Dote und was war das andere nochmal? Kakaopulver yeah hab ich wieder verpulvert ja geil du hast das Kakaopulver du hast das Kakaopulver verpulvert geht's echt komm der Witz war jetzt denn richtig flach wie kannst du dabei lachen? weil es so scheiße war weil du den so scheiße fandst ja super ok ich muss zur Löwe rüber ne Eisenidl klauen ich hab grad keine gekriegt oh man nein es ist wie bei der äh letzten auch mehr du blöde Mandrake am Ende war es dann auch so ähm da hab ich mal bei Steam so rumgeguckt ja was empfiehlt Steam mir so für Spiele da war da ein Pornospiel dabei da hab ich mir gedacht ey hallo wo geht's noch sieh so als als ob ich das nötig hätte ne aber irgendwie die lustigsten Momente waren wirklich direkt nach der Aufnahme mhm hätte man wirklich direkt einfach mal so aufnehmen müssen und dann boah ich hab übrigens jetzt äh ich sag schon ein Angebot für das Lenkrad gefunden keine 400 Euro mehr sondern noch 250 ja ist schon mal ein Unterschied mhm so ähm okay bei Lyra IC Needle Clown was gibt's denn hier eines Beehive Churn oh nein sie hat genau auch noch eine IC Needle na dann geht's so kann ich vielleicht hier so was wie ein Eiersalat machen Eier wir brauchen Eier ich muss mir übrigens heute in einer Aufnahme noch angucken wie das aussieht wenn ich in der äh in der in der Spirit World bin wie das aussieht wenn ich da rumliege du liegst da einfach nur tot rum ich bin aber doch gar nicht tot auf jeden Fall ist schon so pass mal auf so nein ich simuliere nur ja ja so eins zwei drei so wo haben wir denn die Botte ach ich brauch noch Wasser so ich mach jetzt einen Eiersalat was hältst du davon lecker hab Hunger ich mach jetzt eine Brew of Sleeping möchtest du mitkommen ne danke magst du nicht mitschlafen gehen nein das kannst du knicken ok das 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 und das ok ähm das und ich brauch Mayo ok Mayo stellst du hierher indem du den Juicer benutzt und die Eier damit drauf tust klingt logisch also mach ich auch immer so ja ne willst du mich waschen ne jetzt lassen wir es nacht mal also das ist mir jetzt schnutzpipiger ich mach das hier noch schön zu Ende und ich hab jetzt hier noch schönen Eiersalat das ist mir jetzt eh ich geh jetzt eh ich nehm jetzt gar nicht eh meine Brew of Sleeping zu also ich muss die äh ich brauch die Glasflaschen noch das kann ich ja nicht aufsammeln ja was hältst du denn davon wenn wir das Ganze dann doch noch auf den nächsten Park verschieben ok dann würde ich mal sagen vielen Dank fürs Zusehen sagen euer Loildrop bestimmt ja und dann natürlich dann auch noch der Snaker hier von euch ne genau bis dann ciao ciao ciao